Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Ja, es ist schon wieder ein bisschen bei mir her, denn ich habe einen neuen Computer erhalten. Habe den jetzt die letzten Tage eingerichtet und ja, mit den ganzen Daten versorgt von meinem alten PC. Und jetzt, ja, ist das quasi hier erstmal unsere erste Testaufnahme. Und ich, ja, kann halt sein, Leute, dass halt jetzt ein bisschen was anders ist als vorher. Vielleicht ist das Bild ein bisschen anders, heller, dunkler, I don't know. Die Stimme könnte ein bisschen anders sein, wenn es so ist und es euch stören sollte, tut es mir sehr leid. Ansonsten starten wir mal heute rein. Das ist quasi die erste Testaufnahme, ob alles funktioniert. Ich hoffe es sehr, dass alles funktioniert und wir gucken einfach mal, was wir so machen heute. Also, ähm, ich glaube, wir hatten vor, wir hatten auch mal die Oma gerettet, ne, vor dem Dieb. Und ich würde gerne mal sehen, was das Item ist, was dann angeboten wird im Shop. Das, äh, war am Strandhaus. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Ähm, ich glaube ich muss noch mal bis zum nächsten Tag warten. Dementsprechend, äh, würde ich mal kurz einen Abstecher machen. Ich würde mal ins Eislevel gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. 442 Rubin haben wir auch. Da können wir nämlich einen Tingle uns holen im Eislevel. Und, äh, ja, vielleicht noch die ein oder andere Sache machen. Das muss ich erstmal herausfinden. Wir haben da auch ein paar random Spots, sicherlich. Ein paar Löcher. Wir gucken einfach mal, was wir da so machen können. Ich bin auch immer noch ganz scharf auf das Lead endlich mal. Mit dem wir uns teleportieren können in Majora's Mask. Das wäre auch richtig geil, wenn wir das endlich mal bekommen. Weil dann haben wir schon echt viele Orte, wo wir uns hin teleportieren können. Und müssen nicht immer dahin latschen. Das wäre, glaube ich, ein guter Gewinn für uns. So, wir brauchen, glaube ich, Bomben dafür. Wir brauchen hier, um hier jetzt gut weiterzukommen. Ja. Wir haben auch noch keine Magieanzeige, ne? Das ist auch schon ein bisschen blöd irgendwie. So, warte mal. Sind hier auch irgendwie random Dinge drin? Na, nicht wirklich. Okay, weiter geht's. Ich will mich hier gar nicht so lange aufhalten bei diesen komischen Gegnern. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall ne Bombe. Bam, Alter, wow. Ah, cool. Ja, Leute. Ich bin mega happy über meinen neuen PC. Einfach so ein super Silent-Teil mit so krass Power. Ich werde, ja, die nächsten Tage auf meiner Website mal so die Daten veröffentlichen. Falls ihr da Interesse habt, das zu wissen, was der so kann. Werde ich das auf jeden Fall mal tun. Das war, glaube ich, eine schlechte Bombe. Ne, das war gut. Aber, bringt mir nur ein Herzchen. Leider. Okay. Genau. Allgemein, ihr könnt auf meiner Website eh immer mal vorbeischauen. Da freue ich mich immer, wenn ihr da mal vorbeigeht. Denn, äh, da könnt ihr auch mal schön Vorschläge machen. Für neue Projekte. Auch hier für unser anderes Projekt. Den Ultimate Trial. Da könnt ihr vorschlagen, was es für Strafen gibt. So, dem Typ können wir nicht helfen. Aber hier können wir mal reingehen. Und gucken, was da vielleicht drin ist. Genau. Einfach mal vorbeischauen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, die zweite Shooting Gallery. Das können wir theoretisch direkt mal machen. Die ist aber schwer, ne? Ah, die ist sauschwer, glaube ich. Da brauche ich, glaube ich, auch ein Perfekt. Ich glaube, der, die, die blauen da, die machen Minuspunkte, oder? Oh, shit, da war auch einer. Ja, die erste Runde. Ja, was ist das denn? Hallo? Ich sehe nichts. Die erste Runde wird mega scheiße. Wie viel brauche ich für? Okay. Ey, das ist richtig schwer. Das muss man, glaube ich, echt so auswendig kennen. Ich weiß, ich habe es schon mal geschafft. Ja, der bringt nämlich Minuspunkte. Oh, shit, ey. Ja, ich glaube, das machen wir später nochmal. Wie brauchen wir denn den ersten Run? 42 haben wir. Das ist ein New Record. Oh, wir haben einen Sock auf Storm bekommen. Ähm, ja immerhin, ne? Ähm, Majora's Mask. Warte mal kurz. Äh. Ach, hier. Cool. You got the Song of Storm. Ähm, das ist gut. Okay. Song of Storm brauchst du hier für nur eine Sache, oder? Glaube ich. Oh, Twilight Princess. Das ist die Musik vom Angeln. Vom Angelteich. Oh, schön. Und die passt auch mega gut, oder? Die passt ja mal fantastisch. Haben wir das Auge der Wahrheit schon? Nee. Oh, cool. Wie nice. Aber da freue ich mich gerade richtig drüber. Okay, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Genau, hier war Tingle. Bam. Ba, ba, ba. Oh Gott. Leichte Frame-Einbrüche. Aber wir haben ja auch schon den kompletten Song, ne? Das heißt, theoretisch könnten wir zum Tempel. Die Frage ist, können wir daraus ausrichten? Weil wir haben immer noch nicht die grohen Haut. Also viel auf jeden Fall nicht. So. Zeig mir mal, was du hast, mein Guter. Ja, ja, ja. Äh. Ne. Nur schittert er. Schade. Alles klar. Okay, haben wir Feuerpfeile? Wir haben Feuerpfeile, aber wir haben keine Magie, ne? Das heißt, das bringt mir gar nichts. Da bräuchte ich, wenn... Heißes Quellwasser. Oder hab ich irgendwas anderes? Ne, ne? Ne. Schade. Dann hätten wir hier nämlich jetzt reingekonnt. Aber so wird das natürlich nichts. Okay. Alternativ haben wir hier noch einen Gronen. Ne. Sag mal den Dekohändler. Also hier können wir ja als... Hier können wir theoretisch als Deku... Also entweder können wir was kaufen oder wir können die Karte anbieten. Ich bin mir grad nicht sicher. Ja, wir können die... Die Karte, die... Äh, ihr wisst schon, ne? Ne, warte mal. Der will das vom Sumpf. Das hier. Genau. Und als Corona können wir da was kaufen. Okay, wir haben jetzt nur Krabbelminen bekommen. Als Corona könnten wir da jetzt noch was kaufen. Und hier kriegen wir ein Herzteil. Okay. Wir müssen uns merken, hier noch als Corona auf jeden Fall was kaufen. Das ist wichtig. Und irgendwo steht hier jetzt ein Corona rum. Hm. Keine Ahnung wo. Irgendwo ist der. Und der kann uns die Tür aufmachen. Hm. Oder bin ich falsch? Ne, der... Der... Irgendwie müsste hier irgendwo ein Corona rumstehen. Steht er am Boden? Am Boden der Tatsachen irgendwo? Hm. Ich mach das so selten damit. Weil normalerweise warte ich immer ab, bis ich halt selber ein Corona bin. Dann macht das auch viel mehr Sinn, da reinzugehen. Aber ich will natürlich gucken, was da drinne ist. Und ob wir vielleicht noch irgendwelche Items holen können. Hä, aber der... Steht der nicht normalerweise hier irgendwo? Ist der am zweiten Tag nicht mehr da? Müssen wir da am ersten Tag hingehen? Shit. Okay. Gut, dann lassen wir das erstmal. Ähm. Ja, alternativ könnten wir jetzt da hinten durch... Über den unsichtbaren Pfad mit der Eule. Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Dann gehen wir da erstmal noch hin. Ja, mit dem Song of Storm. Es wäre halt schon mal geil, wenn wir irgendwie die Zeit hätten, das endlich zu resetten alles hier. Hallo, Eule. Führe mich mal, bitte. Der Rückweg wird halt scheiße. Ja, hier bekommen wir jetzt eigentlich das Auge der Wahrheit. Und ohne das Auge der Wahrheit zurückzufinden, ist mega kacke. Aber das haben wir auch schon geschafft. Aber ist halt mega kacke. Ist halt einfach so. So, okay. Ich danke dir. Tschüüüü. Das einzige Mal, dass die Eule nützlich war. Okay, wir kriegen hier aber... Wir kriegen hier was Gutes. Was kriegen wir denn hier? Nocturne der Schatten. Das ist auch ein mega gutes Item. Also ein Song. Nice. Das ist derselbe Raum, oder? Kann das sein? Ich glaube, hier gibt es auch unsichtbar irgendwo eine Truhe. Ja, hier irgendwo. Ha! Ha! Ich hab sie. Ist das nur eine unsichtbare Truhe, Leute, oder gibt es da noch mehr von? Bin mir leider nicht gerade ganz so sicher. Okay, hier gibt es noch ein Skulti-Symbol. Bam, bam, ein normales. Okay, Nummer 41. Ansonsten. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, okay. Ich hätte auch gesagt, dann würde ich mich jetzt erstmal woanders wieder hinporten, oder? Was meint ihr? Nach Kakariko einmal, also nach vorne der Schatten halt. Und dann. Weil jetzt hier sinnlos umherspringen. Weiß nicht, ob das viel Sinn macht. Ich bin mir halt relativ sicher, dass das jetzt richtig eklig wird. Fishing. Ja, das ist halt einfach eklig. Nee, das können wir nicht machen. Okay, ich porte mich mal nach Kakariko. Und dann kommen wir einfach wieder hierher. Ich glaube, das ist der smarteste Weg jetzt. Okay. Rechts runter A, runter rechts hoch. Ach so. Scheiße, ich muss ja jetzt den Doktor des Schotten, äh, das Schatten auswendig kennen. Ähm. So. Äh, äh, fragt mich nicht wie. Erstmal Schluck Kaffee. So. Theoretisch kann man jetzt hier auch als Kind rein, ne? Auch mega creepy eigentlich. Ja, aber wir gehen jetzt auch einfach nur mal schnell, äh. Ihr wolltet mal, dass ich die Maske ausprobieren, ne? Würde mich theoretisch auch mal interessieren, was da passiert. Okay. Ah, ich seh grad, wir haben ja auch diesen Oerlicht gefangen, ne? Wir müssen theoretisch mal zu diesem Händler. Aber wisst ihr noch, wo der war? Wo das Krughaus war? Ich hab keinen Plan mehr. Aktuell suchen wir ja sowieso, ähm, Talon irgendwo, der rumschläft. Und wir suchen aktuell, ähm, ja. Eben diesen Geisterhändler. Aber ich hab bei beiden grad keine Ahnung mehr, wo das war. 0-0-Nada. So. Jetzt gehen wir einfach schnell wieder rein. In Majora's Mask. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Strand und gucken mal nach der Belohnung, die uns die Oma gegeben hat. Oder geben wird. Beziehungsweise was die jetzt halt im Shop drin hat, ne? Und dann haben wir allgemein auch noch ein paar andere Sachen. Toll. Nur einmal 20 Rubinen abgestaubt. Ähm. Theoretisch müsste ich mir auch mal einen Fisch kaufen. Denn wir können ja diesen einen Fisch, oder diesen Fisch im Labor füttern. Der war nämlich auch bei, bei den Soras. Da müsste ich mir halt mal einen Fisch kaufen. Oder, oder fangen. Whatever. Genau. So. Wir sind erstmal wieder zurück. Ähm. Ich würde jetzt auf dem direkten Weg, oder warte mal. Ich geh nochmal ganz kurz in den Laden rein. Eigentlich müsste ich mir auch hier mal die Häuser angucken. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Hm. So. Ich geh nochmal ganz kurz hier in den Shop rein. Bekommen wir hier denn zufällig einen Fisch? Guck mal. Da ist doch einer. Kann ich mir den einfach mitnehmen? Das geht klar. Cool. Den mach ich gleich mal wieder weg. Damit er nicht aus Versehen wegschwimmt. Äh. Bin ich in den Kupus drin, oder? Nö. Haben wir hier noch in dem Shop irgendwas zu kaufen? Ne. Der Shop ist komplett fertig. Das ist geil. Sehr schön. Und wir können uns merken, hier kriegt man einen Fisch. So. Der Tingle ist glaube ich auch fertig. Bin ich hundertprozentig sicher. Müssen wir irgendwann nochmal abgrasen, wenn wir zu viel Geld haben. Irgendwann. So. Dann. Ah ja. I wish you a Merry Christmas. Epona. Äh. So. Papapa. Wollen wir heute wenigstens noch ein bisschen Fortschritte machen. In irgendeiner Hinsicht. Mh. 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 Ja. In Majora's Mask fehlen uns halt wirklich einfach viele Lieder. Um gut weiter zu kommen. Mh. 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 So. Und alle ab. Ba 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 ba. Okay. Und dann können wir direkt mal in den Laden rein. Denn das müsste hier am Strandhaus sein. Erstmal voll Pokémon hier. Final Battle. Du. Du. Aber schon eine coole Musik. Theoretisch könnten wir auch mal zu den, äh. Gerudo Kriegerinnen. Ist eigentlich auch eine coole Idee, oder? Aber wir haben halt auch noch keine Maske, äh. Mit dem wir uns jetzt verteidigen können. Okay, ein Rubin. Geil. Na dann vergiss es. Okay, und hier muss ich Corona sein. Darf ich nicht kaufen. Alles klar. So, da drinnen. Was war da drinnen? Auf jeden Fall nicht das Labor. Ich gehe jetzt erstmal zu Zorahs Domain. Das Rennen gegen diese Biber könnte man vielleicht auch machen. Ja, der Hookshot fehlt mir halt auch noch, ne? Ist auch mega wichtig. Musik zum Teleportieren. Alter, es ist dunkel. Ähm. Der Hookshot. Allgemein viele andere Musikstücke. Oh Gott. Nein! Mach doch sowas nicht, Kumpel. Ich hasse Raubschleime, ne? Meine Güte. Das war ja ein Anspruch. Und wieder Pokémon. Okay. Äh, zack. Wir gucken mal ganz kurz in die Räume rein. Irgendwo. Irgendwo war was. Hier war die Schmiede. Da kann ich noch nichts machen. Fehlt mir das Feuer. Ah. Mann. Magie. Magie. Ich brauche Magie, Leute. So. Weg da. Weg da. Weg da. So. Okay. Dekuschreien. Mhm. Muss ich mir auch merken. Wenn wir hier weg sind. Aber ihr habt mir, glaube ich, auch schon Erinnerungen geschrieben. So. Ich will jetzt eigentlich nur ins Labor gehen. Das ist die Feenkelle. Äh. Feenkelle? Hm. Die Feenquelle. Mhm. So. Wo war das denn drin? Hier. Guck mal. Wenn ich hier jetzt nämlich. Aha. Ja. Den Fisch rein tue. Müsste der andere Fisch den anderen Fisch aufessen. Und dann kriegt man, theoretisch, ist das ein Herzteil, was man dann bekommt. Rein da. Der wird jetzt groß. Und große Fische essen andere Fische. Und der bedankt sich. Mit fünf Rubin. Toll. Danke. Für nix. Hätte ja sein können, ne? Shit. Okay. Ja, Leute. Ich glaube, der Part für heute ist erstmal wieder rum. So leid es mir tut. So. Weg da mit dir. Das war der Gronen Shop. Aber da gab es auch nichts Wichtiges. Okay. Gut, Leute. Ja, ich würde sagen, ähm. Ich würde offscreen schon mal in die Stadt zurücklaufen. Weil den Weg müsst ihr euch ja jetzt nicht antun. Und, ähm. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Wieder in Majors Mask in der Stadt. Genau. Und dort werden wir mal, ähm, ja nochmal durch die Häuser streifen, ob wir da noch irgendwas machen können. Und ansonsten würde ich, glaube ich, erstmal wieder in Ocarina of Time reingehen. Ich glaube, das ist so meine Idee. Oh, shit. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Schaut auch gerne mal auf meiner Website vorbei, wie gesagt. Und, äh, bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majors Mask Randomizer. Tschüssi, Leute. Tschüssi, Leute.